Folge Nummer 8 von Graveyard Keeper, Breaking Dead und Stranger Sins und wir sind wieder in einem neuen Tag gelandet. Ja, letztes Mal hat es uns jetzt nicht so ganz viel gebracht, was wir da gemacht haben. Wir haben die Hatch fertig gemacht und mit der Hatch... Oh, was ist das? Gibt es da einen Punkt? Ach, da fehlt wahrscheinlich... Ah, wir haben schon was gekriegt, okay. So, jetzt ist dann überlegen, wir haben jetzt wieder Eisen bekommen. Was fertigen wir an? Nägel oder Eisenstücke? Das ist die Frage. Aber momentan, keine Ahnung. Äh, das war ja der Dingensplatz. Was können wir denn hier bauen? Balken und Holzscheite können wir hier machen. Naja, okay. Und hier war... ...alles andere, ne? Hier können wir vor allem Brennholz machen, Holzkeile. Keine Ahnung, wofür wir das brauchen. Die Holzkeile vor allem. Können wir Wasser holen. Äh, ja. Die Hatch, die wir da unten fertig gebaut haben, ist natürlich wahrscheinlich ein ganz einfaches Ding. Da kann man wahrscheinlich jetzt die Leichen nehmen, die hier angeliefert werden, und da reinschmeißen und die kommen dann unten an. Würde ich jetzt mal sagen, oder? Wir haben immer noch die Leiche da unten liegen und vielleicht sollten wir mal gucken, dass wir die erstmal, äh... loswerden, weil die ist schon bei 0%. Wir haben sie ja auch schon, glaub ich, fertig gemacht. Hat der denn noch was zu sagen hier? Nee, ne? Nee, er will immer noch den Wein haben, wo ich immer noch nicht weiß, wo ich den wegkriege. Ja, egal. Äh... Leiche nehmen und die bringen wir zum Friedhof und beerdigen die erstmal. Dann gibt's aber bald wieder eine neue. Dann... können wir das aber da testen, ne? So, gucken wir mal... Ah, der Papst ist immer noch da. Kann ich den Friedhof in eurem Gespräch beenden? Ich habe den Friedhof repariert. Nee, habe ich nicht. Äh... Blumenbeet können wir basteln. Dafür brauchen wir aber diesen Torf. Und rote Blumen. Rote Blumen wird wahrscheinlich nicht so das Problem sein, aber... Eine Grabstätte müssen wir erstmal basteln. Ja, ist glaub ich egal, wie wir das hier hin zaubern, ne? Ja. Da können wir jetzt erstmal basteln. Dann müssen wir den da beerdigen. Bestatten. Und... schließen. Bestattungsurkunde haben wir dann auch wieder gekriegt. Und hier können wir noch nichts dran machen, weil uns fehlen die Dinge dafür. Dafür müssen wir ein Grabkreuz bauen oder eine Umrandung. Und die... gab's ja irgendwo anders, oder? Ein Brennholz 20. Ja, müssen wir mal gucken, wie wir da weiterkommen. Das ist natürlich mit minus 3 super gelaufen. Da läuft der Papst lang. Haben wir eigentlich irgendwelche Samen bekriegt? Weiß ich gar nicht mehr. Können wir gerade mal checken gerade. Ah ja, Hanfsamen haben wir. Ach, da brauchen wir vier Stück von. Alles klar. Hatten wir schon mal, ne, oder? Die Hanfsamen gab's da hinten bei... Ja, keine Ahnung, wer hieß die... Die Dumm oder Drum Drum oder Dick Dick oder so. Keine Ahnung. Schauen wir mal. Und... Müller, Müller, Müller und Bauernhof brauchen wir nicht. Das ist die Frage, was wir brauchen, ne? Sagt mir dieser Baumstumpf irgendwas? Nein, ne? Hier kann man auch gerade nicht lang gehen. Die Bestattungsurkunde haben wir die nächste. Kriegen wir da noch was für? Lass mal checken, weiß ich gar nicht mehr. Handeln. Kann dem Gastwirt verkauft werden. 1,50. Gut, das Geld haben wir. 2,32. Ist schon mal was, oder? So, wir sollten vielleicht mal gucken, ob's noch was anderes gibt, oder? Traumtorte. Einen Humpenbier. Wein brauchen wir. Hier gibt's kein Wein, oder? Aber Brennholz will er haben. Gesamtpreis 4. Und man weiß nicht, ob ich da jetzt das verkaufen sollte. Ich glaube eher nicht. Zwiebelringe. Wie krieg' ich denn hier mehr Punkte? Jetzt muss ich mal gucken. Das ist ungefähr zwischen dem Rang und 2 da. Wenn ich dem jetzt hier 5 verkaufe, hat sich da glaube ich nichts geändert. Achso, wir müssen es auch erst verkaufen, ne? Hat sich aber trotzdem nichts geändert. Okay, alles klar. Bringt mir also nichts. Na meine Schöne, willst du mit mir reden? Du schon wieder. Keine Ahnung, wofür die Punkte da sind. Die muss man wahrscheinlich hier auch noch kriegen. Er braucht die Tinte etc. Kommen wir auch nicht weiter. Da oben lief irgendeine Nachtwache lang, oder? Was war das da für einer, ja. Bringt mir also auch nichts. Ja, es steht da unten wahrscheinlich noch nicht, weil noch Nacht ist, oder? Ne, da müssen wir noch warten. Wir können aber schon mal Richtung Leuchtturm gehen und hoffen, dass wir ihn da gleich irgendwann finden. Ach, rote Blumen brauchen wir noch. Da sind rote Blumen. Die haben wir schon mal. Da unten ist noch eine rote Blume. Kriegen wir noch Äpfel? Jo. Gibt es auch noch Äpfel, oder nicht? Nein, gibt es grüne Äpfel? Ne, da gibt es aber Äpfel, oder? Ja, ist immer schön, Äpfel zu kriegen, ne? Okay, das war's wohl. Da brauchen wir noch einen Köder, hier ist immer noch keiner. Ja. Hier noch rote Blumen. Stickies. Haben wir auch. Hier oben gibt es noch lecker Bären. Oh, die grünen Punkte haben wir jetzt gleich ganz viele geholt. Die gibt es bei Bärenpflücken, sehr schön. Mushrooms gibt es hier auch. Kann ich nichts mehr aufnehmen. Inventar voll, wahrscheinlich. Der ist jetzt nicht gerade so völlig hier hingegangen, ne? Dann gehen wir mal zurück. Und schauen. Und hier unten kann man nichts machen, ne, oder? Ist das eine Honigpresse, oder was ist das? Ich denke mal, irgendwie sowas. Ah, da ist er. Reden. Ding Dong, Digo. Bin ich der Digo? Ja, bestimmt bist du der Digo. Handeln. Wir brauchen noch Samen. Drei davon. Wenn wir drei nehmen. Können wir auch sieben nehmen, oder? Dann haben wir doppeltes. Dann können wir erstmal was anpflanzen, ne? Holz würde da nehmen. Ah, guck mal, bei ihm hat es hier was gebracht. Geht da Stufe 2 durch. Okay, da müssen wir einen Tag warten. Und dann sehen wir ein bisschen mehr. Ah, das ist ja auch schon mal cool, oder? Hanfseil, Samenöl, Samenöl. Okay. Aber das hat sich gelohnt. Brauchen wir jetzt nicht. Gehen wir da weiter lang. Jetzt ist nur die Frage, wann ist dieser Astrologe mal da? Konnte man hier handeln? Eier kaufen? Handeln. Eier. Kann man bestimmt lecker Eier kochen, oder sowas. Also, was zu essen mitmachen. Oh. Krieg ich nicht? Warum nicht? Hm. Hätte ich aber gerne gehabt. Ja, und dann halt nicht. Wenn es so ist, dann ist es so. Ja. Da unten ist niemand. Hier geht es zur Stadt, da komme ich immer noch nicht hin, ne? Oh, naja. Irgendein Zeichen da links ist dann der da, der Astrologe, ne? Der kann ich nicht quatschen. Da drinnen geht auch noch nichts. Da kommt Bruder Jakob, oder sowas. Machen wir mal Karte auf. Abgebranntes Haus, Hexenhügel. Das Dorf. Schmiede da, oder was? Das Kimp ist da. Ne, das bringt mir alle nix. Weinberg, Zuhause, Märchengarten. Ne, Küchengarten. Ja, weiß ich auch noch nicht. Wann ist er da? Ach, in dem Zeichen wahrscheinlich ist er da. Ah, da sind die Zeichen drüber, wann wer da ist. Alles klar, wissen wir Bescheid. Dann müssen wir mal nach diesem umgekehrten Mond gucken. Und der ist da oben erst. Ich weiß jetzt nicht, wie rum es läuft, ob so rum oder so rum. Das können wir aber gerade feststellen, indem wir nochmal gerade schauen, wann der Papst da war. Der war jetzt da, bei diesem Sonnenzeichen, wenn es denn eins war. Das war das. Oh, das dauert nur eine ganze Weile. Der nächste, der jetzt kommt, ist dann der Kaufmann. Der braucht die Karottenrüben und sowas, die habe ich immer noch nicht. Okay. Dann wissen wir da auf jeden Fall gerade auch ein bisschen mehr. So, jetzt hauen wir erstmal die Hanfsamen da rein. Damit wir da vielleicht weiterkommen. Und dann müssen wir auch Klamotten loswerden, das ist auch wichtig. Weil unser Inventar schon wieder voll ist, wahrscheinlich. Oh, hier gibt es auch noch Büsche. 28 von den Roten. Wieder eine Ressource. Ich weiß immer noch nicht, welche Ressource wir da nehmen sollen. Aber die kriege ich auch noch, ganz gewiss. Hier hauen wir jetzt die Pflanzen rein. So, jetzt geht es da auch voran, ne? Hoffe ich. Da tut sich jetzt nichts. Okay, wir können noch vier mehr haben, haben wir aber nicht. Hier können wir doch nur Komposthaufen bauen. Ja, doch, hat man ja leer aufs Bett. Boah, das brauchen wir jetzt aber nicht, weil wir müssen erstmal so weiterkommen. Eigentlich müssten wir irgendwas Verrottbares dann haben, ne? Gibt es hier unten schon was? Ich glaube nicht, ne? Oder? Da ist bestimmt noch alles leer, oder? Ach nee, doch. Platz für einen Bärenstrauch. Platz für einen Würfelbaum. Da müssen wir Kompost haben. Und das erste ist wahrscheinlich dann die Pflanze dafür. Setzling, genau. Kiste Eisenerzlager. Haben wir das? Ja, haben wir doch alles, ne? Oder? So, Hof war größer. Ne, Steinvorrat. Steinschneider. Steinschneider wäre interessant, glaube ich. Dafür brauchen wir noch Nägel. Die können wir doch herstellen, oder? Waren die hier dran zu fertigen? Ja, Nägel machen wir jetzt. Nägel haben wir. Und dann gehen wir da nochmal hin und machen den Steinschneider, oder? Okay, den können wir da einsetzen. Haben wir, haben wir. Gehen wir da hin und müssen den noch bauen, oder? Steinschneider, vielleicht können wir dann diese Grabumrandung machen, oder? Ein Stein. Grabstein. Wow. Haben wir keine Steine gerade? Achso, Eisenerz. Ein Stein. Achso, warte mal, dann machen wir das wieder weg. Stein Reparatur Werkzeug. Da gibt's das, cool. Leben brauchen wir dafür, okay. Aber erstmal machen wir das andere. Wir haben den Stein schon fertig. Wo kommt der hin? Okay. Fertigen. Nicht genug Ressourcen. Was brauchen wir denn jetzt? Einen davon. Aufgabenwarteschlange. Das habe ich jetzt nicht so ganz verstanden, aber egal. Nehmen wir das und bringen das da hin. Ach, stopp mal. Ich glaube, wir müssen das da hinlegen. Damit wir was haben, ne? Kann das sein? Und dann fertigen. Nicht genug Ressourcen. Wir wollen das da bauen. So. Also, E fertigen. Warte mal, was ist denn der Grabstein? Achso. Den macht er. Holte er jetzt wieder Wasser? Ne, jetzt macht er die Grabsteine. Super, jetzt haben wir einen Grabstein. Stimmt das? Ja, stimmt. Okay, das bedeutet, wir... Können wir das jetzt nochmal machen? Ja, können wir. Dann lass uns noch einen machen. Boah, das gab viele Punkte. Ah, super. Kannste nicht aufnehmen. Schrott haben wir noch drei Stück. Alles klar. Nägel haben wir noch sieben. Wow, hätte ich jetzt nicht gedacht. In der Kiste können wir noch was reintun. Ich glaube, wir sind zu weit von der Kiste weg. Irgendwas hätte er bestimmt gerade auch gesagt. Mhm. Ne, die sind mir jetzt gerade zu wichtig. Die lege ich mal da rüber. Stein brauchen wir noch. Knüppel. Äpfel. Können wir alles rüber tun. Das Mehl. Tun wir auch erstmal rüber. Blumen rüber. Geschichte. Fertigt an. Zufallst. Textgenerator. Arbeitstisch. Okay. Haben wir wohl schon noch nicht. So. Jetzt gehen wir uns den zweiten Grabstein holen. Da haben wir ihn. Und gehen zum Friedhof und bauen da was weiter. Jetzt geht es ein bisschen voran. Leichen. Keine. 0,1. Hm, was bedeutet das? Ist einer unterwegs oder was bedeutet das? So, und jetzt kein Grabstein. Müsste das funktionieren. Und jetzt haben wir keine Energie mehr, ne? War klar. Inventory. Und jetzt haben wir so ein bisschen blaues wiedergekriegt. Okay, und dann nehmen wir den auch noch. Und machen das da auch. Okay. Die Bären waren gut. Alter Friedhof, Qualität, minus 15. Das bedeutet, wir müssen jetzt mehr Steine haben. Gibt es hier unten Steine? Ich glaube schon, ne? Ja. Okay, gibt es da auch noch mal Steine? Sieht so aus. Die nehmen wir auf jeden Fall auch mit. Hier gibt es aber nichts. So, und was können wir hier bauen? Nichts, ne? Ne. Feuerbestattungsort. Hier müssen die Leichen hin. Irgendwann. Irgendwann müssen die da hin. Gut, aber wir sind schon wieder so weit, dass wir schlafen gehen müssen. Und das bedeutet auch, dass wir die Folge beenden. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt ihr mit, wer ich das nächste Video hochlade. Und Kommentare herzlich willkommen. Schreibt rein, was ihr von dem Spiel haltet. Und des Weiteren teilt das Video auf anderen Kanälen. Dann kriegen andere mit, dass es hier The Breaking Dead von Strangers in DLC von Graveyard Keeper gibt. Alles klar, bis dann. Tschüss.